Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um Winkel und Kreissektor, zumindest um den Zusammenhang, denn Winkel haben wir schon kennengelernt und Kreissektor haben wir schon kennengelernt. Ein Kreissektor ist so eine Art Kuchenstück in einem Kreis, ja könnt ihr euch erinnern, man schneidet zweimal rein bis zur Mitte, also bis zum Kreismittelpunkt und erhält ein Kuchenstück. Man erhält genauer gesagt zwei Kuchenstücke, das eine was hier lila gekennzeichnet ist und der Rest der übrig bleibt und das nennt man Kreissektoren. Jetzt seht man auch eindeutig was das mit Winkel zu tun hat, denn dieser Kreissektor ist durch zwei Strecken begrenzt und das wiederum kann man als Schenkel sehen von einem Winkel. Das heißt wir haben hier einen Winkel Alpha, den wir zum Beispiel so nennen können, mit einem Winkelmaß von 64 Grad. Das ist der sogenannte Öffnungswinkel eines Kreissektors, das heißt wir haben hier zwei Kreissektoren mit jeweils zwei Winkelmaßen. Wir kennen das aber auch noch woanders her, denn wir wissen ja, dass jeder Kreis unterteilt werden kann in vier gleichgroße Stücke, in vier gleichgroße Kuchenstücke und dann haben wir hier vier gleichgroße Winkel mit jeweils 90 Grad. 90 Grad ist ein rechter Winkel, 180 Grad ist ein gestreckter Winkel und einmal ganz rum sind 360 Grad ist ein Vollwinkel. Ich kann aber diesen Kreis nicht nur in vier Teile und vier gleichgroße Sektoren unterteilen, sondern ich kann es auch in acht, in zwei und so weiter. Das heißt ich kann regelmäßige gleichgroße Sektoren unterteilen. Das ist der Zusammenhang zwischen Winkel und Kreissektor und was ich sonst noch alles damit machen kann, das zeige ich euch jetzt. Wir können zum Beispiel eine Umfrage grafisch darstellen. Ich habe hier mal eine Umfrage gemacht, nicht nur eine Umfrage, eine Auswertung von der ersten Schulaufgabe. Ich habe mir hier die Noten notiert, eine ungenügend, also eine 6 gab es nicht und habe mir mal aufgeschrieben, wie oft gab es denn diese Noten. Also 4 1er, 7 2er, 11 3er, 6 4er und 2 5er. Das können wir jetzt in einem sogenannten Kreisdiagramm darstellen. Und zwar wissen wir, dass es insgesamt 30 Schüler sind. 11, 4 plus 7 gibt 11, plus 11 gibt 22, plus 6 28, plus 2 gibt 30. Und das entspricht gerade 360 Grad. Das heißt ich kann diese Schülerzahl als Vollwinkel darstellen mit einem Kreis. Ich habe jetzt hier mal eine Markierung gemacht, das werdet ihr gleich merken, was wir mit dieser Markierung brauchen. Jetzt kann ich ja nicht nur 30 Schüler darstellen, sondern ich kann theoretisch auch einen Schüler darstellen. Also wenn ich nicht 30 einmal einen Vollwinkel haben möchte, dann nehme ich einfach einen Schüler. Das entspricht 12 Grad. Warum? Über einen Dreisatz wissen wir das ja, wie wir das machen. Wir müssen hier geteilt durch 30 rechnen und hier geteilt durch 30 rechnen. Das heißt wir kommen bei einem Schüler auf entsprechend 12 Grad. Also kann ich mein Geodreieck hier anlegen, hier an der Markierung, an dem 0, am Mittelpunkt und kann hier die 12 Grad abzeichnen. Und damit hätte ich jetzt den Bereich gekennzeichnet, der einen Schüler darstellt. Da ich aber bei der Note 1 nicht einen, sondern 4 Schüler will, muss ich das Ganze jetzt wieder mal 4 rechnen. Und man sieht hier wunderschön den Dreisatz. Erst durch 30 teilen auf beiden Seiten und dann mal 4 auf beiden Seiten. Dann komme ich auf 48 Grad. Das heißt, das wäre jetzt das Kuchenstück meines Ganzen, das die Einser darstellt. Damit kann ich ein Kreisdiagramm machen und jetzt geht es natürlich weiter. Die zweite Note war eine Note gut mit sieben Schülern. Sieben Schüler bedeutet, ich muss die 1 mal 7 nehmen und die 12 mal 7, komme ich auf 84 Grad. Die 48 Grad hier wurden schon angetragen. Das heißt, jetzt muss ich mein Geodreieck hier an das Ende von meinem ersten Sektor anlegen und das zweite Winkelmaß zeichnen, nämlich die 84 Grad und erhalte dann meinen zweiten Sektor. Das stellt jetzt quasi meine Zweier dar. Wenn ich auf die Dreier kommen will, also das quasi als Sektor eines ganzen Kuchens anzuzeigen, dann muss ich jetzt natürlich 11 mal die 12 Grad rechnen. Und dann kann ich weiterzeichnen. Ich habe das Ganze jetzt schon mal fertig gemacht. Ich habe mir die Kuchenstücke alle schon verhältnismäßig genau passend zu diesen Zahlen hier berechnet und richtig eingezeichnet. Und dann kann ich das Ganze auch noch auswerten. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben gelernt, was ein Kreissektor mit einem Winkel zu tun hat und wie wir das Ganze auswerten können oder in einem Kreisdiagramm darstellen können. Da ist es wichtig, dass wir zuerst rausfinden, wie viele gibt es denn insgesamt und das als 360 Grad sehen. In dem Fall waren es 30 Schüler, die entsprechen dann den 360 Grad und anschließend schaue ich mir an, wie kann ich denn auf diese vier Schüler, die in Einser kommen, die in Einser gehabt haben, kommen. Das heißt, ich muss anteilig das auf ein Grad oder einen Schüler runterbringen und dann auf vier Schüler wieder nach oben rechnen mit Hilfe des Dreisetzes. Eure Aufgabe ist das Ganze fertig zu zeichnen und fertig zu machen und fertig zu berechnen, denn da fehlen ja eigentlich noch genau genommen drei Rechnungen und drei Zeichnungen. Zur Überprüfung könnt ihr hier in das Video reinschauen, so wie es jetzt bei mir hier unten dran steht, so soll es ja auch bei euch sein. Und dann bis zur nächsten Stunde. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.